Hallo und herzlich willkommen auf Xbox Series, ich bin der Muffel und in diesem Video stellen wir euch die neueste Erweiterung aus The Hunter Call of the Wild vor. Mit dem Emerald Coast DLC verschlägt es uns diesmal nach Australien. Aber bevor wir euch verraten, was euch in dieser Erweiterung erwartet, zeigen wir euch, wie üblich, einmal den Trailer zum DLC. She's a real beauty, isn't she? Where the lush rain forest meets the wide-open Outback. Wenn du mich fragst, gibt es keinen anderen Ort als die Emerald-Koaste. Die australische Smarag-Küste bietet euch eine offene und abwechslungsreiche Welt voller Leben. 14 Tierarten, darunter das östliche Graue Känguru und das Salzwasser-Krokodil, wollen von euch in neuen Neben- und Story-Missionen mit dem neu hinzugefügten Zagern-Bermintar-Fold-Action-Gewehr gejagt werden. Erkundet zu Fuß oder auf eurem Quad das weitläufige Gebiet des australischen Outbacks. Mit der neuen kostenpflichtigen Erweiterung wurde zudem das Outback-Update ausgerollt, welches kostenlos ist. Dieses Update bringt euch ein von Australien inspiriertes Charakter-Outfit, einen neuen Erntebildschirm sowie Bugfixes und Verbesserungen. Erkundet zu sehen, wie es aus Australien ist, als Australien der national Anthem veröffentlicht. Er macht ein Camp nearer Billabong, nimmt eine Pause und trinkt tea. Das ist das, wie die Song beginnt. Insofern, es wurde sehr populär und beliebt von den meisten Aussagen. Jeder hat es überrascht. Du kannst sogar hören in Sport-Events. Wenn du mich fragen, ist es ziemlich gesehen wie Australien der national Anthem-Aufthalien. Erlebt das australische Outback, subtropisches Buschland und tropische Regenwälder und erlebt diese atemberaubende Wildnis. Durch euren Einsatz schützt ihr das wunderschöne, aber empfindliche Ökosystem der Region, die sich auf Zusammenarbeit, Naturschutz und Gemeinschaft konzentriert. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr natürlich noch weiteres Gameplay-Material zu der Erweiterung und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, im besten Fall auch gleich ein Abo und dabei die Glocke aktivieren, denn so verpasst ihr keines unserer Videos. Vielen Dank.